Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, willkommen zu Camptag Nummer 3. Wir haben ja gestern und vorgestern schon ordentlich losgelegt. Ich schätze, eure Socken waren ganz schön am qualmen. Heute kommen wir zum dritten Tag. Wir haben wieder in der Früh für euch vier neue Tricks, die wir Stück für Stück durchgehen. Dann verbunden das Ganze mit einem kleinen Koordinationsparcours und Torschuss. Danach gehen wir zum Mittagessen, machen danach ein kleines lustiges Spielchen, so wie ihr es schon von den letzten beiden Tagen kennt. Und dann kommt noch unser Techniktraining am Nachmittag, inklusive dem Spezialtrick, den ihr dann als Hausaufgabe üben könnt. Ich würde vorschlagen, wir legen gleich los. Ich begrüße auch heute wieder unseren Campteilnehmer Felix. Der Felix ist gut ausgeschlafen, gut ausgeruht, hat sogar seinen Ball schon mit dabei. Ich werde jetzt dem Felix, Felix bitte hört zu dibbeln auf. Super, danke. Ich werde jetzt dem Felix die erste Übung zeigen und natürlich auch euch zu Hause. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Seid ihr bereit? Ich denke ja, wir auch. Für den ersten Aufbau braucht ihr eigentlich nur drei Hütchen. Die liegen hier in einem kleinen Dreieck angeordnet. Wie immer könnt ihr auch Toilettenpapier rollen oder irgendwelche Topflappen oder T-Shirts nehmen. Das ist euch überlassen. Okay. Wir legen jetzt mal los. Heute zum Start geht es um den Trick Ziehen-Fußwechsel. Ein weiterer Stand-Trick, den wir super gebrauchen können, wenn der Gegenspieler uns von vorne frontal angreift. Wir ziehen ihm den Ball nämlich einfach vor der Nasenspitze weg und laufen in eine andere Richtung. Nicht zu verwechseln mit dem Trick Ziehen-Vorlegen. Da haben wir nämlich immer nur einen Fuß hergenommen, den rechten oder den linken. Bei Ziehen-Fußwechsel geht es jetzt darum, dass wir beide Füße benutzen müssen. Okay. Ich zeige euch das mal, wie der Trick ausschaut. Wir legen den Ball in eines der beiden Hütchentörchen rein, ziehen den Ball mit dem rechten Fuß zu uns, drehen uns dann in die Richtung des neuen Hütchentors und spielen mit dem anderen Fuß den Ball durch das Tor durch und halten ihn dann auch gleich mit links wieder auf. Also ziehen, jetzt die Füße tauschen, rein spielen und fertig. Nochmal ziehen, rein spielen und fertig. Warum ziehen Fußwechsel? Jetzt wird es euch klar, weil wir unterwegs die Füße wechseln. Also ziehen, Fußwechsel, rein spielen. Ziehen, Fußwechsel, rein spielen. Schaut, dass die Beine relativ breit auseinander bleiben, nicht zu eng, sonst stolpern wir über die Füße. Also nochmal ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel und wer es schon schneller kann, der kann dann schon loslegen, das Ganze mit mehr Tempo zu probieren. Alles klar, Felix, du hast es verstanden, wie es geht. Du kannst jetzt mal loslegen zum üben, danach gibt es wie immer den Wettkampf. Los geht's. Hier zu Hause auch loslegen. So beginnst du, ziehst den Ball mit dem rechten Fuß zu dir und spielst sie mit links ins neue Türchen. Jetzt mit links zu dir ziehen und nach vorne weg mit dem anderen Fuß. Genau. Und ziehen zu dir, rein spielen, ziehen zu dir, rein spielen. Und wir sprechen mal den Trick nach. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Stopp. Okay. So, wenn man das Ganze ein paar Mal hintereinander macht, da kommt man schon ein bisschen auf Betriebstemperatur. Ich zeige euch eine kleine Möglichkeit, wie wir das Ganze noch schneller machen können. Am Anfang haben wir ja nur den Ball zu uns gezogen und dann die Füße getauscht. Also ziehen, Fuß getauscht und reingespielt. Schaut mal, dass ihr auf dem Standbein, während ihr den Ball zieht, schon dreht. Okay? Dann können wir schneller in die neue Richtung spielen. So, also wir ziehen, hopp, drehen, hopp, drehen. Das Standbein dreht beim Aufsetzen schon in die neue Richtung. Und meine Schultern zeigen auch in die neue Richtung. Jetzt ist es natürlich leichter, den Ball nach vorne wegzuspielen. Okay. Nochmal. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Und Felix. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Sehr schön. Super. Hopp. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel. Sehr gut. Schönen drehen auf dem Standbein. Sehr gut. Und zwei noch. Und hopp. Hoppala. Macht nichts. Auch das passiert mal. Zap, zap, zap. Zap. Okay. Gut. Alles klar. Gut, Felix. Du darfst aufhören. Felix du darfst aufhören. Felix du darfst aufhören. Okay so alles klar für euch zuhause. Jetzt geht die Challenge los. Der Wettkampf gegen Felix. Nein du sollst nicht aufhören. Wir starten jetzt gleich den Wettkampf. Da darfst du dann gleich gegen die Kids, gegen euch zuhause loslegen. Die Challenge läuft so. Felix wird jetzt gleich diesen Trick für zehn Sekunden lang probieren und zählt dabei seine erfolgreichen Versuche mit. Ich zähle von oben zehn nach unten null und wir schauen einfach mal wie viele der Felix schafft und ihr schaut, ob ihr mehr geschafft habt. Alles klar? Alles auf Anfang. Felix du kannst schon loslegen. Ja dann mach doch ein bisschen deinen Pulli auf. Ja das macht nichts, dann lass ihn an. Ja das ist nicht so schlimm. Ein bisschen Dreck schadet nicht beim Fußballspielen. Das macht nichts. Da kommt noch wahrscheinlich was dazu heute. Okay also das ist egal. Darfst du es gerne? Okay gut. Das machen wir jetzt ein bisschen drin. Ist nicht so schlimm Felix. Das passiert dem Besten. Gut. Also du fängst an. Kinder ihr seid bereit zuhause? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Schluss. Elf. Elf Stück. Felix hat elf geschafft. Wie viele habt ihr geschafft? Ich denke ihr wart ein bisschen schneller als der Felix. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen es gleich nochmal oder? Vielleicht kannst du deine eigene Zeit nochmal unterbieten Felix. Denk nicht zu sehr an die Soße, sondern konzentriere dich auf den Ball. Ihr auch wieder den Ball hinlegen. Fertigmachen und auf die Plätze. Fertig. Los. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Schluss. Wie viele hattest du? Elf. Elf. Ich habe wieder gemacht. Wieder elf. Okay. Wie viele habt ihr? Felix hat fast noch den zwölften geschafft. Ich bin mir sicher, ihr schafft mindestens 13 oder 14. Ihr könnt jetzt einfach noch ein bisschen weiter üben. Wir bauen kurz um und wir sehen uns gleich zu Trick Nummer zwei. Okay. Kommen wir zu Trick Nummer zwei. Ein Wendetrick, den wir jedes Mal eigentlich im Spiel dann gebrauchen können, wenn der Gegenspieler uns im Rücken verfolgt. Das ist eine ziemlich schnelle Wende, die wir auch mit beiden Füßen trainieren wollen. Sie heißt Sohlenwende und die schauen wir uns jetzt mal an. Felix ist auch da. Felix hat schnell sein T-Shirt umgezogen. Jetzt schaut er wieder gut aus. Das passt. Felix, ich habe gerade erklärt, wir machen jetzt eine Sohlenwende. Ich zeige euch die jetzt und die auch. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Okay. Legt dazu am besten zwei Plättchen gegenüber im Abstand von ungefähr zwei Metern, drei Meter, vier Meter, so viel Platz, wie ihr eben habt. Ja. Legt euch den Ball auf die linke Seite des Startplätzchens. Die Linksfüßer legen ihn auf die rechte Seite. Okay. Ich mache es jetzt mal für die Rechtsfüßer vor. Wir legen uns den Ball, wie gesagt, nach links, dribbeln mit einem Schiebekontakt nach vorne. Den kennt ihr jetzt schon. Und wenn wir das zweite Plättchen überholen, beginnt die Bewegung mit der Sohlenwende. Sagt der Name schon. Wir wenden nur mit der Fußsohle des führenden Fußes. Also hier der rechte Fuß. Schaut so aus. Schieben, dran vorbei, Sohle draufsteigen, zu uns ziehen und Achtung mit dem Standfuß mit, um dann wieder in den Schiebekontakt reinzukommen und nach unten zu kommen. So, wir wollen das Ganze jetzt in Dauerschleife probieren und fangen mal an. Schieben, Sohlenwende rechts. Schieben, Sohlenwende rechts. Schieben, Sohlenwende rechts. Schieben, Sohlenwende rechts. Achtet dabei, dass ihr mit dem linken Bein schön umspringt in die neue Spielrichtung und beim Loslaufen wieder in den Schiebekontakt reinkommt. Achtet auf eure Knie, dass sie schön weit unten sind. So kann ich den Ball dann einfach noch besser beschleunigen. Schieben, Sohle, Schieben, Sohle. Alles klar? Ihr könnt schon mal die erste Runde ausprobieren. Lieber Felix, hast du es verstanden? Das war mein Ball. Okay, dann nimm du den Ball. Alles klar. So, und ihr zu Hause. Los geht's. Auf geht's. Hopp. Üben, Schieben, Sohle, Schieben, Sohlenwende. Macht nichts. Schieben, Sohlenwende, Schieben, Sohlenwende, Schieben, Sohlenwende und der letzte. Und Stopp. Aufhören? Darf ich den Ball kurz haben, Felix, zum Erklären? Okay, geh mal auf die Seite. Ja. So, beim Ausprobieren zu Hause habt ihr wahrscheinlich festgestellt, dass euch der Ball manchmal schön nach vorne rollt, aber manchmal mit euch mitrollt. Also so, Schieben, Sohle und der Ball rollt nach hinten weg. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir so schnell unseren linken Fuß gar nicht aus dem Weg bringen. Also wollen wir mal versuchen, den Ball beim Ziehen etwas weiter nach vorne zu ziehen, dass er schön vor uns liegt. Wir wollen dem Gegenspieler hinter uns den Ball zwar nicht schenken, aber beim Umspringen schauen wir einfach mal, dass wir den Ball ein kleines bisschen weiter vor unsere Füße bringen. Also schieben, ziehen, durchlaufen lassen. Okay, kleine Hilfe. Vielleicht dreht ihr euch erstmal in die linke Seite und zieht den Ball dann. Also einmal langsam, schieben, drehen, jetzt herziehen und weiterlaufen. Schieben, drehen, ziehen, schieben, drehen, ziehen und dann funktioniert das Ganze schon viel flüssiger. Okay, Felix, du kannst wieder loslegen. Auf geht's. Okay, und schieben, drehen, ziehen, super. Schieben, drehen, ziehen, schieben, drehen, ziehen, schieben und schön in die Knie beim Schiebekontakt, jawohl, super. Und zwei noch und der letzte, hopp und nach unten und stopp. Okay, der Felix ist Gott sei Dank beidfüßig und kann es jetzt auch noch mal mit dem linken Fuß trainieren. Einmal, damit ihm nicht schlecht wird und zweimal, damit wir auch den linken Fuß natürlich trainieren. Ja? Ich fühle mich nur mit dem, soll ich mit dem linken Ball auch fühlen? Gute Frage. Nein, wir dribbeln natürlich immer mit unserem starken Fuß. Der Felix ist jetzt ein Rechtsfüßer, deswegen dribbelt er auch weiter mit rechts. Aber wenn wir den Ball dann mit dem linken Fuß holen wollen, nehmen wir natürlich auch den linken Fuß. Schieben, drehen, ziehen, schieben, drehen, ziehen und stopp. Okay, alles klar. Ihr könnt jetzt noch mal kurz üben. Wir sehen uns gleich zum Wettkampf. Den spielen wir doppelt. Einmal mit dem rechten Fuß und einmal mit dem linken Fuß. Alles klar? Bis gleich. Okay, Wettkampf time. Wir starten unten. Zuerst mit dem rechten Fuß, mit unserem guten Fuß. Die Linksfüßer können natürlich auch mit ihrem guten Fuß mit links starten. Felix, du gehst schon mal nach unten, bereitest dich vor. Felix macht jetzt gleich vier Runden mit insgesamt acht Sohlenwänden. Ja? Und er schreit fertig, wenn er alle acht geschafft hat. Ihr macht genau das gleiche zu Hause und dann schaut ihr mal, ob ihr schneller seid als unser Felix. Wir nehmen alle unseren guten Fuß. Los kann's gehen. Felix, hast du zugehört? Ja, ich bin ein Bettkampf, oder? Genau. Also links hinlegen. Auf die... Ne, 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 ne. Nach links. Ah ja. Genau. So. Okay. Fertig. Auf die Plätze. Fertig. Los. So. Eins. Schöner Schiebe. Zwei. Drei. Und vier. Stopp. Sehr gut. Okay. Felix ist fertig. Wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, ihr habt ihn bestimmt überholt. Wer jetzt noch beim Üben ist, kein Problem, macht eure Runden fertig. Der Felix macht das auch schon eine Zeit lang, von daher ist er schon super schnell. Jetzt schauen wir aber gleich mal, wie es mit seinem linken Fuß ausschaut. Und wie es bei eurem linken oder dem rechten, also dem schwächeren Fuß ausschaut. Okay? Ihr könnt euch wieder lockern, ausschütteln, bereit machen. Felix, bist du auch soweit? Ja? Lockern. Ja, Lockerungsübung. Sehr gut. Vielleicht eine Kniebeuge hinterher und dann... Super. Links Sohlenwände, ja? Genau. Links Sohlenwände, aber mit dem guten Fuß schieben. Alles klar? Vier Runden. Genau. Vier Runden. Ihr seid fertig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins. Super. Und zwei. Jawohl. Kommt, Kinder, gib Gas. Und Nummer drei. Auf geht's, Jungs und Mädels. Gas geben nochmal. Felix ist fast im Ziel. Und vier. Fertig, oder? Und fertig. Setz dich drauf. Hopp, jetzt ist der Felix fertig. Alles klar. Habt ihr ihn geschlagen? Ich bin mir sicher, ihr habt euer Bestes gegeben. Wir machen eine kurze Trinkpause. Bis gleich. Okay, Jungs und Mädels. Wir kommen zu Trick Nummer drei. Wir schauen uns jetzt heute mal den Kreuzübersteiger bzw. Kreuzübersteiger Finte an. Ja? Im Prinzip ist es ein Trick, den wir immer benutzen können, wenn wir selbst den Ball dribbeln und auf unseren Gegenspieler zudribbeln, ihn austribbeln wollen. Dazu legen wir uns den Ball wieder an das Starthütchen hin. Baut das zweite Hütchen, das Zielhütchen, ruhig drei, vier Meter vor euch auf. Umso länger ist euer Anlauf, umso schneller werdet ihr und umso größere Probleme hat am Ende euer Verteidiger. Okay? Wir starten mit dem Schiebekontakt und beginnen mal mit dem Übersteiger verkehrt herum. Das heißt, wir machen jetzt den Übersteiger von außen nach innen, um im nächsten Schritt den Übersteiger wieder richtig rum zu machen und links nach links weg zu gehen. Alles klar? Das ist der Kreuzübersteiger. Nochmal in schnell. Schieben, falsch rum, richtig rum, vorbeigehen. Ihr könnt es euch auch einfach so merken. Ich sage immer, Türe zu, Türe wieder auf und durch den Eingang durch. Also schieben, Türe zu, Türe auf und in den Eingang. Okay? Nochmal probieren. Schieben, Türe zu, Türe auf und zur Seite weg. Alles klar? Wenn wir den geschafft haben, könnt ihr auch gleich, zeige ich euch gleich die Variante auch noch, Kreuzübersteiger finde. Ihr könnt dann beides immer in Dauerschleife oder abwechselnd üben. Wieder schieben, Türe zu, Türe auf und diesmal mit dem rechten Fuß zur Seite weg. Alles klar? Nochmal in schnell. Schieben, Türe zu, Türe auf und nach rechts weg. Alles klar? Felix auch verstanden? Viel Spaß beim Üben und legen wir los. Auf geht's, Felix. So, schieben, Türe zu, Türe auf und weg. Sehr gut. Jawohl. Und wir gehen nach Hause wieder. Nein, wir gehen nicht nach Hause, sondern zum Starthütchen. Ich bin doch schon wieder vorbei. Nein, 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 Felix. Keine Sorge, du darfst noch üben. So, schieben, Türe zu, Türe auf und nach links weg. Weg, super. Sehr schön gemacht. Da braucht man ganz schön schnelle Füße. So, schieben, Türe zu, Türe auf und weg geht's. Super. Alles klar. Einmal noch, dann nehmen wir uns die Kreuzübersteiger Finte vor. Ich bin viel auf den Zehenspitzen unterwegs. Das ist sehr gut, weil umso mehr wir auf der Zehe sind, umso schneller kommen wir natürlich auch am Gegenspieler vorbei. Wir bewegen uns einfach schneller, sind spritziger. Wir spielen nochmal, ja. Schieben, Türe zu, Türe auf und vorbei. Sehr gut gemacht. Okay. Ganz kurz mal anhalten. Ja. Ihr könnt jetzt natürlich auch anfangen, vorne ums Hütchen rum zu wenden. Ja, wir haben jetzt die letzten drei Tage ganz viele Wendetricks ausprobiert. Wenn ihr die noch wisst, Zidane Wände, Schuss Finte oder jetzt heute die Sohlenwände, dann könnt ihr das natürlich danach auch gerne einbauen. Einmal kurz vorgezeigt. Schieben, Türe zu, Türe auf, vorbei und Sohlenwände zum Beispiel. Okay. Oder wir laufen rum. Die Schussflinte, die Schussfinte, zeige ich dir auch nochmal. Finte, seine Finte. Nicht, die Flinte, die Finte. Ja, Schussfinte. Genau. Okay, also schieben, Türe zu, Türe auf, vorbei, Schuss antäuschen und den Ball nach Hause rollen. Okay? Das wäre dann die Schussflinte. Nein, die Schussfinte natürlich. Genauso könnt ihr das dann auch bei Kreuzübersteiger Finte machen und zum Beispiel eine Wende dran setzen. Also schieben, Kreuzübersteiger, Hopp, Finte und zum Beispiel die Zidane Wände. Okay, probiert aus, was ihr möchtet. Lasst euch Zeit. Felix darf auch nochmal probieren und los geht's. Du kannst das üben, wie du möchtest. Genau. Finte. Hopp, Hopp, Hopp und eine Wende darfst du probieren. Wo war deine Wände? Wände habe ich vergessen. Wände darfst du natürlich mit einbauen. Okay, also schieben, Türe zu, Türe auf, vorbei und Wände. Super gemacht, sehr schön. Und nach unten, Hopp, darfst du auch probieren. Das macht nichts. Fang lieber immer unten an. Dann ist es Hoppala, macht nichts. Konzentrieren. Genau. Schieben, Tür zu, Tür auf, weg geht's und eine Wände. Klasse. Und nochmal, als Übersteiger Finte. Hopp, Hopp, Hopp und eine Wände. Einmal, zweimal, super gemacht. Jawohl. Die Wände war richtig. Ja, das war super. Und los geht's. Schieben, Türe, Hoppala. Stopp, Stopp, Stopp. Felix hat falsch angefangen. Achtet wirklich darauf, erst die Türe zuzumachen, um sie dann wieder aufzumachen. Also, Türe zu, Türe auf und vorbei. Hopp, Sohlenwände. Klasse gemacht. Und noch einmal üben. Hopp, schieben. Türe zu, Türe auf und eine Wände. Alles klar. Gecheckt, wie es geht. Stopp, Felix. Ja. Okay, wir kommen jetzt zum Wettkampf. Felix wird jetzt also auf das Hütchen zudribbeln, danach eine Wände ausprobieren, nach unten dribbeln und auch unten eine Wände machen, um nachher wieder in den Kreuzübersteiger zu kommen. Es ist egal, ob ihr Kreuzübersteiger findet oder ob ihr den Kreuzübersteiger normal probiert. Es ist auch egal, welche Wände ihr dran setzt. Hauptsache, es ist eine der Tricks, die wir euch gezeigt haben. Okay. Felix wird jetzt vier Durchgänge spielen und wir schauen, ob wir ihn schlagen können und die vier Durchgänge schneller absolvieren als er. Alles klar. Ihr seid bereit. Felix, du bist auch bereit. Sehr gut. Dann auf die Plätze. Vier Durchgänge. Fertig. Und los. Türe zu, Türe auf, vorbei. Hoppala. Mach ruhig langsamer, auch wenn es ein Wettkampf ist. Und Nummer zwei. Hopp. Oh, schau. Der Wettkampf ist ein bisschen. Jungs, auf geht's. Hopp. Felix habt ihr bestimmt schon überholt. Und vorbei. Trotzdem weitermachen. Sehr gut. Und wende. Und Nummer drei. Hopp. Einmal, zweimal, vorbei. Hopp. Und mit Übersteiger Finte vielleicht noch Felix. Und der letzte Durchgang. Kreuz Übersteiger. Und Finte vorbei. Wende. Und gib Gas Felix nach unten. Und fertig. Ja, setz dich drauf. Hör auf. Okay. Gut. Sehr gut. Felix hat sich ein bisschen verdittelt. Ich glaube, ihr habt ihn überholt. Ich würde sagen, das macht nichts. Das soll ja auch der Sinn sein dabei. Wir spielen das Ganze, würde ich vorschlagen, gleich nochmal. Auf die Plätze. Nochmal. Ja, natürlich. Wann ist die Pause? Danach. Okay. Was muss ich jetzt machen? Das gleiche nochmal. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Kreuz Übersteiger. Hopp. Und vorbei. Super. Und auf geht's, Jungs. Hopp. Felix ist schnell dieses Mal. Hoppala. Macht nichts. Macht nichts. Und nach unten. Sohlen Wende. Hopp. Einmal. Zweimal. Hopp. Vorbei. Sehr gut. Wende raus. Und los geht's. Nummer drei. Hopp. Einmal. Zweimal. Hopp. Stark gemacht. Sohlen nach raus. Und der letzte. Letzter Durchgang. Habt ihr den Felix schon? Hopp. 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 Hoppala. Bisschen gemogelt. Und drauf. Okay. Alles klar. Felix hat alles gegeben. Ich glaube, ihr habt auch alles gegeben. Das war ganz schön anstrengend. Kurzer einen Schluck trinken. Wir sehen uns gleich zum letzten Trick für heute. Trick Nummer vier. Bis gleich. Trick Nummer vier ist die Ribéry-Wende. Jeder kennt noch die legendäre Nummer sieben vom FC Bayern München aus Frankreich. Frank Ribéry. Er war natürlich für einen Trick ganz besonders berühmt. Den wollen wir uns jetzt anschauen. Die sogenannte Ribéry-Wende. Okay. Wir legen dazu den Ball erstmal in ein kleines Viereck an den Rand eines Vierecks. Das könnt ihr wieder mit Toilettenpapierrollen aufstellen, wie ihr möchtet. Schaut einfach, dass das Viereck vielleicht so eineinhalb Meter jeweils auf jeder Seite abgesteckt wird. Startet in dem ersten Türchen. Und wir brauchen dazu als erstes den Trick Schuss Finte, den wir am Dienstag gelernt haben. Okay. Der wird jetzt ein bisschen modifiziert. Schaut gleich so aus. Wir dribbeln rüber in das gegenüberliegende Türchen. Schieben. Schuss Antäuschen. Schuss Finte. Und während der Ball zurückrollt, drehen wir uns weiter und geben dem Ball beim Rückwärtsrollen mit der linken Außenseite eine neue Richtung. Nämlich hier rein. Okay. Nochmal von vorne. Wir dribbeln los. Hopp. Schuss Antäuschen. Außenseite reinlegen. Nochmal. Schieben. Schuss Finte. Und reindrehen. So, jetzt sind wir natürlich nicht fertig, sondern wir probieren mal den Trick ganz oft im Kreis hintereinander. Okay. Also, schieben, Schuss Finte reinlegen. Schuss Finte reinlegen. Schuss Finte reinlegen. Stopp. Dreimal, viermal funktionieren, dann wird einem ein bisschen schwummerig. Deswegen können wir nach den drei Malen einfach eine kleine Pause machen, den Ball anhalten und dann wieder von vorne loslegen. Ja, ihr könnt natürlich auch, anstatt es immer hintereinander zu machen, gleich eine Pause einlegen. So zum Beispiel. Schieben. Schuss Finte. Rausdrehen. Aufhalten. Und wieder von vorne. Schieben. Schuss Finte. Rausdrehen. Aufhalten. Und nochmal. Schieben. Schuss Finte. Rausdrehen. Und so weiter. Alles klar? Wir holen unseren Felix dazu. Der kann jetzt gleich loslegen. Alles klar? Nein, Felix, das ist die Eckfahne. Die gehört in die Ecke. Ja, gut. Dann stellen wir sie halt eben da hin. Kann ich sie dann später mit nach Hause nehmen? Du darfst sie gerne nachher wieder aufräumen, aber bitte nicht mit nach Hause nehmen. Die gehört dem Verein. Okay. Alles klar. Du darfst loslegen. Und probier mal. Schieben. Schuss Finte. Und links reinlegen. Ganz genau. Schuss Finte. Links reinlegen. Schuss Finte. Links reinlegen. Und Schuss Finte. Links reinlegen. Und anhalten. Ja, sonst wird dir ein bisschen schwindelig. Genau. Probier mal die leichtere Variante. Mit schieben. Schuss Finte. Reinlegen. Stopp. Genau. Und wieder von... Genau. Schieben. Schuss Finte. Reinlegen. Stopp. Und andersrum drehen. Schieben. Hopp. Schuss Finte. Reindrehen. Sehr gut. Super. Je schneller das am Ende funktioniert, desto effektiver natürlich der Trick. Stellt euch vor, der Gegenspieler rennt hinter euch her. Ihr legt ihm den Ball vor die Nase mit der Schuss Finte. Und bevor er an den Ball kommt, schiebt ihr den Ball an seinem Fuß mit der Außenseite vorbei. So ist es super. Und noch einmal. Schieben. Hopp. Zwei. Und... Einmal noch probieren. Hopp. Hopp. Okay. Gut. Stopp. Anhalten. Ihr könnt das Ganze jetzt zu Hause üben für eine kleine Zeit. Wir spielen das Ganze nicht im Wettkampf. Ihr habt bestimmt schon festgestellt, immer wenn man sich in dieselbe Richtung dreht, wird es einem recht schwindelig. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal keinen Wettkampf hier an der Stelle einbauen. Nicht, dass einer nachher vor lauter Schwindel irgendwo noch gegen die Tür auszusehen läuft. Das wollen wir natürlich nicht. Übt es. Lasst euch ein bisschen Zeit dabei. Ihr könnt das natürlich auch mit beiden Füßen üben. Legt los und viel Spaß dabei. So, willkommen zurück. Wir starten jetzt gleich mit Koordination und Torschuss. Bauen dazu immer wieder einen von unseren Tricks ein, die wir heute Morgen jetzt gelernt haben. Das habe ich gerade gefunden. Felix, ich glaube, das ist deine. Ich habe gesagt, du sollst sie bitte aufräumen. Ecke. Ja, in die Ecke bitte. So, die bleibt da jetzt bitte auch, okay? Gibt es auch blau-weiß? Gut, alles klar. Wir starten. Sucht euch ein kleines Tor, auf das ihr gleich schießen könnt. Nehmt ein kleines Klopapierrollenviereck und eine Klopapierrolle ein bisschen weiter weg von diesem Viereck. Das müssen wir nachher andribbeln und da passiert der nächste Trick. Alles klar? So, in diesem Viereck gibt es wieder vier Seiten. Eins, zwei, drei und vier. Okay, wir nehmen uns jetzt mal nur die erste und die dritte raus, okay? Macht mal eine kleine Grätsche und schaut, ob ihr mit euren Füßen beide Seiten relativ locker und gut erwischen könnt. Gut, dann stehen wir uns in die Seite 1. Der Ball bleibt hier vorne. Wir gehen auf einen Fuß. Der linke Fuß bleibt am Boden, der rechte Fuß in der Luft. Und wir springen jetzt von der einen Seite in die gegenüberliegende Seite und landen auf dem rechten Fuß. Das schaut so ein bisschen aus wie ein Eisschnellläufer, der immer wieder von rechts auf links umspringt. Bei uns schaut es so aus. Wir springen nach rechts. Eins, zwei, drei und vier. Ja, so. Schaut, dass eure Oberschenkel nicht zu weit unten bleiben. Sie müssen aber auch nicht ganz nach oben, sodass ihr euer Gleichgewicht ganz gut findet. Drückt ein bisschen fester auf den Ball, okay? Versucht ihn mal so ein bisschen zum Platzen zu bringen. Und drückt vor allem euren Bauchnabel nach hinten. Nicht den Bauch einziehen und die Luft anhalten, sondern wir wollen den Bauchnabel einfach nur ein bisschen nach innen drücken, damit wir schön feste bleiben, wenn wir springen. Okay, also. Eins, zwei, drei und vier. Wenn wir die vier geschafft haben, Dropkick stoppen. Das kennen wir schon von Montag. Der Ball wird auf den Boden geworfen. Wir stoppen den Ball von oben mit der Sohle und dribbeln nach vorne. Erster Trick heute Morgen war ziehen, Fußwechsel. Das tun wir hier unten auch. Also ziehen, durchlassen, Fußwechsel und mit dem linken Fuß aufs Törchen spielen. Alles klar? Danach den Ball holen und wieder loslegen. Vier Sprünge. Ich zeige nochmal die Technikaufgabe. Dropkick stoppen, loslegen, ziehen, Fußwechsel und spielen. Alles klar? Bau den Ruhe auf. Gleich geht's los. Dann würde ich sagen, starten wir. Felix, du bist bereit. Stell dich bitte in die... Start hier, gell? Genau, auf diese Seite und leg los. Vier Hüpfer. Eins, höher hüpfen. Zwei, drei, vier. Und gleich mal Stopp. So, der Felix ist gerade gehüpft wie eine alte Omi, die ihren Einkauf nach Hause bringt. Wir wollen das Ganze ein kleines bisschen aufrechter machen. Okay? Also bleibt schön gerade stehen. Gerade stehen bleiben. Genau. Und nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Und nach hoppala. Und nach links. Und sehr gut. Dropkick den Ball stoppen. Super. Dribbeln, aufhalten, ziehen, Fußwechsel und spielen. Hervorragend. Und gleich wieder von vorne. Und los geht's. Hopp. Eins und zwei und drei und vier. Sehr gut. Aufdrehen, Dropkick, schieben, ziehen, Fußwechsel, spielen. Sehr schön. Gut gemacht. Achtet beim Trick vor allem darauf, dass ihr beim Ziehen, Fußwechsel, den Ball eher nach vorne spielt. Nicht zu sehr zur Seite. Sondern wir wollen ja nachher auch den Zielpass schön gerade hinter dem Ball beginnen. Ziehen, Fußwechsel und wir können schön durchdrücken. Sehr gut. Okay. Lieber Felix, schau mal, dass du das Bein, das nicht springt, sondern dass es in der Luft ist, einfach ein bisschen höher nimmst. Genau. Okay. Und los geht's. Ball nach vorne halten, draufdrücken. Sehr gut. Bauchnabel nach innen. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger mit dem Gleichgewicht. Hopp. Und hopp. Genau. Aufdrehen. Dropkick, schieben, ziehen, Fußwechsel und spielen. Sehr gut gemacht. Klasse. Und nächste Runde. Hopp. Eins. Und Nummer zwei, Nummer drei und Nummer vier und ab geht's. Dropkick stoppen, schieben, ziehen, Fußwechsel und spielen. Sehr gut. Probier's gleich nochmal. Ihr zu Hause solltet um die sechs bis acht Durchgänge schaffen. Das sollte kein Problem sein. Ziehen, hopp, spielen, klasse. Jawohl. Und schaffst du noch zwei, Felix? Machen wir eigentlich Wettkampf? Ja, wir spielen es nachher natürlich noch im Wettkampf, wie immer. Gut. Also jetzt noch mal Durchgang, ja? Okay. Und los. Hopp. Und zwei und drei und vier. Und los geht's. Dropkick, schieben, Sohle und spielen. Sehr gut. Ziehen, Fußwechsel, gut geschafft. Fühlst du dich einigermaßen sicher? Können wir das jetzt im Wettkampf spielen? Ich glaube, ich bin es ganz gut drin, ja. Alles klar. Dann schnaucht nochmal kurz durch. Okay, wir können starten mit unserem Wettkampf. Insgesamt spielen wir vier Runden. Felix, hör zu. Ja. Sehr schön. Okay, insgesamt spielen wir vier Runden. Und ihr schaut mal, wer als erster diese vier Runden geschafft hat. Ihr zu Hause oder der Felix. Kleiner Tipp, wer jetzt ganz schnell hektisch hudelt, der wird den Ball wahrscheinlich öfter verlieren, als es gut ist. Deswegen am Ende ein bisschen langsamer machen, dafür am Ende aber schneller sein, als der Felix. Alles klar? Ihr seid bereit? Ball gut festhalten. Warum soll ich jetzt langsam machen? Wenn ich... Du sollst die Übung nicht zu schnell und nicht zu hektisch machen, okay? Ja. Gut. Ich korrigiere es ja. Ich korrigiere. Ihr seid bereit, Kinder zu Hause. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Und los geht's. Dropkick stoppen, schieben, ziehen, Fußwechsel und spielen. Sehr gut gemacht. Und Durchgang Nummer zwei. Hopp. Eins, zwei, drei, vier. Und los geht's. Dropkick stoppen, schieben, ziehen, Fußwechsel, spielen. Sehr gut. Jawohl. Und auf geht's, Kinder. Hopp, der Felix ist mega schnell heute. Und Nummer drei und Nummer vier. Und Dropkick stoppen, schieben, ziehen, Fußwechsel. Und auf geht's, Felix. Einen noch. Los geht's, Kinder. Schlagen wir den Felix. Los geht's. Gebt nochmal alles. Sehr gut. Dropkick stoppen, schieben, ziehen, Fußwechsel, spielen und vorbei. Sehr gut. Klasse. Wie schaut's bei euch zu Hause aus? Habt ihr den Felix geschlagen? Ah, die war echt schön. Ja. So, erste Runde haben wir schon geschafft im Koordinationstraining. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Ihr könnt den Aufbau genauso beibehalten, wie er gerade ist. Wir stellen uns wieder in das Viereck rein. Und diesmal nehmen wir uns nur den rechten Fuß vor. Okay? So. Wir starten in der Mitte, gehen leicht auf die Zehenspitze und springen jetzt die Seiten ab. Okay? Ihr müsst dazu nicht über die Rollen drüber springen. Aber wir springen in die erste Seite, dann in die zweite Seite, in die dritte und in die vierte. So. Das war jetzt relativ langweilig. Nehmen wir mal unseren linken Fuß weiter nach oben, halten ihn, nehmen den Ball wieder nach vorne und dann springen wir mal von der Zehenspitze. Also, hopp, hopp, hopp und hopp. Okay? Ganz kurz, warum die Zehenspitze? Klar, weil ich einfach viel mehr Power, viel mehr Kraft habe, um am Ende auch schneller lossprinten zu können. Stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr würdet auf der Ferse stehen und von der Ferse lossprinten müssen. Da ist man nicht besonders schnell. Genau. Der Felix probiert es sogar gerade mit Hüpfern aus. Auch da kommt man nicht besonders nach oben. So, wenn wir uns aber auf die Zehenspitze stellen, kommen wir zum einen natürlich viel höher und können im Spiel auch schneller weglaufen. Deswegen probieren wir das alles mal auf der Zehenspitze. Anschließend stoppen wir den Ball wieder in Richtung unserer einsamen Klorolle und bauen die Ribéry-Wende dran. Achtung, ich habe es jetzt so aufgebaut, dass ich die Ribéry-Wende mit einer Schussfinte links starte. Ihr könnt das Ganze aber auch umbauen, sodass sie am Ende so rauskommt, dass ihr die Ribéry-Wende mit dem rechten Fuß beginnen könnt. Okay, das ist euch überlassen, macht wie ihr möchtet. Ich zeige es jetzt einfach mal für die Linksschüßer. Also, man kann auch die beiden Beine da mitbringen. Sehr gut, Felix. Genau, ihr könnt es natürlich auch so lassen. Dropkick stoppen, losdribbeln, Schussfinte, linker Fuß und jetzt beim Umdrehen mit der rechten Außenseite in die neue Spielrichtung und den Pass mit links spielen. Achtung, Finger weg, sonst tut es weh. Okay, nochmal von vorne, rechter Fuß, hopp, 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 Dropkick stoppen und Schussfinte, linker Fuß umdrehen rechts und den Zielpass spielen. Alles klar, jeder gesehen, ihr habt es auch gesehen zu Hause, baut auf wie ihr möchtet, wir können dann sofort loslegen. Darf ich bei der Übung ins Tor? Nein, bei dieser Übung gibt es keinen Torwart, leider. So, wir haben noch eine Kiste, ja. Ja, wir spielen auf ein Tor, ein Zielpass. Wir können aber auch die Eckfahnen ins Tor stellen. Okay, Felix, dann fang mal an. Welche Richtung? Du startest im Törchen Nummer 1, das ist das auf der linken Seite. Also hier. Genau. Okay, und los geht's. So, Fuß nach oben. Fuß nach oben. Hüpfen, 1, 2, 3 und 4. Sehr gut. Dropkick stoppen, Schussfinte linker Fuß, Schussfinte links, rausdrehen rechts und spielen. Sehr gut gemacht. Lieber langsamer anfangen, dann langsam schneller werden, wenn man den Trick dann auch schon besser kann. Hopp, schön gerade bleiben beim Hüpfen. Sehr gut. Dropkick stoppen und los geht's. Schieben, Schussfinte links, rausdrehen rechts und spielen. Sehr gut gemacht. Und der nächste Durchgang. Lass dir ruhig Zeit. War jetzt besser, oder? Jetzt war es ein bisschen besser, ja. Hopp, hopp, hopp und hopp. Sehr gut. So, Dropkick stoppen, schieben, Ribéry-Wende rausdrehen und spielen. Klasse gemacht. Okay. Schau mal beim Hüpfen, lieber Felix, dass du mit dem Oberkörper noch ein bisschen gerader bleibst. Den Bauchnabel nach innen drückst und die Schulterblätter hinten etwas mehr zusammen. Genau. Jetzt stehen wir gerade da und jetzt probieren wir zu hüpfen. Hopp, zap, zap. Und sehr gut gemacht. Okay. Hochwerfen, Dropkick stoppen, schieben, Ribéry-Wende und spielen. Jawohl. Sehr gut gemacht. Auch hier solltet ihr wieder sechs bis acht Durchgänge üben, bevor wir in den Wettkampf reingehen. Eins, zwei, drei, vier und der Dropkick. Hopp, schieben, zap, zap, spielen. Jawohl. Sehr gut gemacht. Das macht nichts. Sechs Durchgänge oder acht, je nachdem wie fit ihr seid. Du musst jetzt noch zwei machen. Und spielen. Sehr gut. Und dein letzter. Dann sind wir schon fast fertig. Mit den Oberschenkel brennt. Ja, das ist normal. Von nichts kommt nichts. So, hopp. Und schieben, Ribéry-Wende und spielen. Okay, gut. Ah, ist okay. Passt. Stopp, anhalten. Felix ist jetzt ziemlich müde geworden, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Versucht einfach den Trick an der Stelle ein bisschen langsamer zu machen. Okay? So, dass der Trick auch gut funktioniert, damit ihr euch nicht verhaspelt oder dass euch der Ball nicht irgendwie abhaut, nicht dass ihr stolpert. Sonst macht das Ganze keinen Spaß. Man hat kein Erfolgserlebnis. Macht das Ganze am Anfang. Gerade auch, wenn man müde wird, einfach ein kleines bisschen langsamer. Und dann kann es nachher heute im Technikteil wunderbar funktionieren. Alles klar? Kurz ausruhen, einen kleinen Schluck trinken. Dann spielt ihr gegen Felix im Wettkampf. Okay, kommen wir zum Wettkampf. Genau wie vorhin auch. Vier Runden. Rechtes Bein, hüpft diesen Aufbau durch. Ihr macht euch bereit. Felix, du bist auch bereit. Ja, was gibt es zum Mittagessen? Zum Mittagessen gibt es heute auf gar keinen Fall Tomatensauce. Genau, okay. Alles klar. Seid ihr ready? Dann los geht's. Wie viel Schluss geht es? Vier. Zählst du? Ich zähle. Auf die Plätze. Ihr zu Hause fertig machen. Fertig. Los. Eins, zwei, drei, vier. Und Dropkick stoppen. So, sieht gut aus. Eins, zwei, schön gemacht. Und spielen. Sehr gut. So, und der nächste. Hopp. Eins, zwei, drei und vier. Jawohl. Dropkick stoppen. Schieben. Eins, zwei und spielen. Jawohl. Und los geht's. Hopp. Eins, zwei, drei und vier. Sehr gut. Hopp. Rieberie Wände. Gut gemacht. Und der letzte Durchgang. Auf geht's Jungs und Mädels. Gas geben zu Hause nochmal. Der letzte Durchgang beim Felix. Wie weit seid ihr? Dropkick stoppen. Schieben. Rieberie Wände. Spielen. Und fertig. Sehr gut gemacht. Alles klar. Wunderbar. Kurz einen Schluck trinken. Wir sehen uns gleich zur Übung Nummer drei. Okay Kids, ausgeruht. Dann können wir jetzt mit der dritten und letzten Übung für heute starten. Wir gehen wieder in unseren Aufbau. Der kann wieder gleich bleiben. Diesmal springen wir auf dem linken Fuß. Soll ja nicht nur der rechte Fuß stark und gut werden, sondern auch unser linker Fuß. Dazu stellen wir uns einmal in die rechte Seite des Vierecks. Der Ball bleibt wieder vorne und wir springen jetzt wieder die Seiten ab. Achtung, dieses Mal wechseln wir immer die Richtung. Das heißt, wir springen von links nach ganz links, von ganz links nach hinten, von hinten nach vorne. Also, einmal rüber, einmal nach hinten, einmal nach vorne. So, ich habe jetzt am Anfang meinen Fuß so ein bisschen weiter schlacken lassen, damit ich erstmal den Ablauf bekomme. Jetzt nehmen wir den Fuß wieder nach oben, halten das Gleichgewicht, halten den Ball nach vorne und los geht's. Links weg, nach hinten weg, nach vorne weg und aufdrehen. Alles klar? Gut. Und Dropkick stoppen und Achtung, der Trick ist jetzt ein anderer. Wir haben unsere Sohlenwände, die wir heute als drittes geübt haben. Der schaut jetzt am Anfang so ein bisschen aus wie das Ziehen. Fuß wechsel ich zeige aber gleich, wo der Unterschied liegt. Also, willst du es zeigen, Felix? Zeig du mal den Jungs zu Hause, wie das funktioniert. Sohle, weg und aufs Tor spielen. Genau. So, wenn dein Pass jetzt noch stimmt, dann war es perfekt. Felix hat es genau richtig gemacht. Und zwar starten wir wieder an unserer Klorolle mit der rechten Sohle, ziehen den Ball wieder zu uns. Aber anstatt den Ball jetzt mit dem Fußwechsel nach vorne zu bringen, wollen wir aus der Sohlenwände heraus den Ball spielen. Im Spiel wäre das natürlich viel, viel schneller noch. Wir gehen auch mal davon aus, dass uns nicht unmittelbar von vorne jemand angreift, dem wir den Ball vor der Nase wegziehen müssen. Wir sehen nur, hoppla, hier geht es nicht weiter. Wir ziehen den Ball, wir lösen den Ball wieder zu uns nach Hause und spielen aus der Sohlenwände einfach den Ball raus. Achtung, lass den Ball nicht zu weit treiben, sonst trefft ihr den Ball nur noch hier außen oder gar nicht und der Ball geht auf die Richtung weg. Das wollen wir nicht, sondern wir laufen hinter den Ball danach rein. Also, Sohlenwände hinter den Ball laufen und spielen. Auch hier wieder schön schieben, das Standbein ein Stückchen hinter den Ball lassen, dann können wir schön nach vorne durchdrücken den Ball. Alles klar? Ihr könnt üben, linkes Bein springt, von rechts nach links, von links nach hinten, von hinten nach vorne und los geht's. Üben ohne Wettkampf und ihr könnt loslegen. Jawohl, so, Sohle ziehen, aus der Sohlenwände raus spielen, sehr gut, okay. So, auf der Seite und los geht's. Hopp, zapp, 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 sehr gut, jawohl. Dropkick stoppen, schieben, Sohlenwände und wieder passen, sehr gut gemacht. Lasst ihr ruhig Zeit, lasst euch ruhig Zeit zu Hause, Jungs und Mädels, das Ganze ist sehr anstrengend. Felix weiß gerade nicht, wo er starten muss, genau hier musst du starten. So, und los geht's. Hopp, eins, hopp, zwei, hopp, drei und zur Mitte zurück. Dropkick stoppen, schieben, Sohle raus und spielen. Weltklasse, jawohl, sehr gut gemacht. Auch hier wieder sechs bis acht Durchgänge. Felix, gerade stehen bleiben. Voila, und los geht's. Eins, nach hinten, nach vorne und aufdrehen. Dropkick schieben, Sohlenwände und aus der Sohlenwände heraus den Pass spielen. Wichtig ist dabei, hinter den Ball zu laufen, nicht dem Ball hinterher zu laufen. Sonst laufen wir immer in die falsche Spielrichtung. Hopp, hopp, tapp und Dropkick. Sohle, hinter den Ball rein und spielen. Sehr gut. Felix hat noch zwei Durchgänge. Dann können wir mit dem Wettkampf beginnen. Eins und zwei und drei und vier. Dropkick stoppen, schieben, Sohle und spielen. Sehr gut gemacht. Lass dir Zeit, Felix. Einen Durchgang hat er noch und los geht's. Hopp, hopp, hopp und drehen. Dropkick stoppen, hops, Sohle, Sohlenwände, spielen. Okay, kurz Pause. Felix muss natürlich ein bisschen früher Pause machen. Er ist unser ältestes Kind hier. Im Camp, ihr schafft bestimmt noch zwei Durchgänge mehr zum Üben. Je öfter ihr übt, desto schneller funktioniert nachher der Wettkampf, auf den wir uns jetzt vorbereiten. Üben, einen kleinen Schluck trinken und dann sehen wir uns zum Wettkampf. Letzter Wettkampf vor dem Mittagessen. Jungs und Mädels, noch mal bereit machen, alles geben, schlag den Felix. Los geht's. Auf die Plätze, fertig und los. Zwei, drei, vier. Und Dropkick stoppen, Sohlenwände, aus der Sohlenwände, rausspielen. Sehr gut. Durchgang, eins. Und los geht's. Eins, zwei. Nach vorne, sehr gut. Und Dropkick stoppen, schieben, Sohlenwände, Spiele. Sehr gut Felix. Und noch mal von vorne. Und los geht's. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Und auf geht's, Sohlenwände, Rausspielen. Wie weit seid ihr, Jungs? Kommt Felix, letzter Durchgang. Wo seid ihr gerade? Nach hinten, nach vorne. Raus geht's, Dropkick stoppen, schieben, Sohlenwände, Spiele. Und vorbeisetzt drauf. Jawohl. Alles klar. Felix ist fertig. Ich glaube, ihr habt ihn locker überholt. Und Felix musste ja noch mal von vorne anfangen mit dem Zweifel. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist aber kein Problem. Selbst wenn man mal einen Fehler macht, ist das nicht so schlecht. So Jungs, wie besprochen, ihr geht jetzt zum Mittagessen. Wichtig, auf Pause drücken und dann guten Appetit. Okay, Jungs und Mädels, ihr wisst, jetzt ist Mittagspause. Unten kurz auf Pause drücken, futtern gehen und nach dem Essen sehen wir uns wieder, indem ihr auf Play drückt. Und dann geht's weiter mit dem Mittagsspiel und mit dem zweiten Training. Bis gleich. Guten Appetit. Wie oft war der TSV 1860 München Meister? Einmal. Welche Rücken-Nummer hat Sadio Manet vom FC Liverpool? Welcher Spieler ist aktuell der Weltfußballer? Hier die Antwort. Lionel Messi Welcher Verein ist aktuell russischer Meister? Zenit St. Petersburg In welcher Stadt steht das Old Trafford Stadion? Wer ist momentan Tabellenführer in der italienischen 1. Liga? Und die richtige Antwort ist Juventus Turin. Welches ist das größte Stadion auf der Welt? Also in welches passen die meisten Zuschauer rein? Ihr habt kurz Zeit nachzudenken. Und? Wisst ihr es? Es ist Camp Nou, das Stadion, in dem auch der FC Barcelona seine Spiele austrägt. Wie heißt der aktuelle Kapitän vom FC Augsburg? Daniel Bayer Welcher Spieler spielt sowohl für den FC Liverpool als auch für die ägyptische Nationalmannschaft? Welche Mannschaft hat die meisten Saison in der 1. Bundesliga mitgespielt? Welcher Verein ist Rekordmeister in England? Welcher Verein ist Rekordmeister in England? Manchester United Wer trägt der FC Bayern die Nummer 9? Die Antwort lautet natürlich Robert Lewandowski Welches Team wurde 2019 Champions League Sieger? Hier die Antwort Der FC Liverpool Was war der teuerste Transfer der Fußballgeschichte? Neymar Vom FC Barcelona zu PSG für 222 Millionen Wer war 2014 bei der WM der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Und die richtige Antwort lautet Philipp Lahm Wie viele Tore hat Robert Lewandowski letztes Jahr geschossen? Wer trägt die Rückennummer 17 bei Manchester City? Ein kleiner Tipp, auch ein ehemaliger Bundesligaspieler Kevin De Bruyne Wie oft war Deutschland Fußball-Weltmeister? Viermal Wer ist aktuell in der Premier League in England der beste Torjäger? Die Antwort lautet Jamie Wadi Wie heißt der Kapitän von Borussia Dortmund? Und Und die Antwort ist Marco Reus Okay Jungs und Mädels, dann machen wir weiter mit unserer zweiten Einheit Jetzt geht es um die Technik, das heißt wir wollen jetzt die vier Tricks von heute Morgen ganz oft miteinander verbinden Wir brauchen dazu folgenden Aufbau und den bauen wir jetzt einfach mal mit euch gemeinsam auf, weil es vielleicht sonst nicht so ganz klar ist, wie wir das meinen Ok? Wir nehmen fünf Toilettenpapierrollen und bauen jetzt vor unserem Ziel ein kleines W auf Startpunkt Einmal nach oben Von oben in die Mitte rein Von der Mitte wieder nach oben Und die Klorolle können wir eigentlich ein bisschen weiter nach vorne stellen So In etwa ist es jetzt ein W Wenn wir uns hier hin stellen und das anschauen Ist es so, so, so Wie ein W aufgebaut Ok? Gut Wir nehmen uns am Ball Und starten diesmal auf der linken Seite der Klorolle Das ist die Startrolle Ok? Wir beginnen mit dem Trick Ziehen, Fußwechsel, dribbeln nach oben Sohlenwände links am ersten Wölchen Ziehen, Fußwechsel, schieben, wegdrehen Sohlenwände links und hier halten wir mal eben an Ok? Schaut, dass der Ball unter Kontrolle bleibt Nicht zu weit auf die Seite wegrollt Sondern schön hier liegen bleibt Damit wir gleich wieder in die Mitte zum nächsten Hütchen oder Wölchen eindrücken können Am Mittelröllchen die Rieberiewände schieben Schussfinteln Rausdrehen Wieder kurz anhalten Danach solltet ihr wieder mit der Außenseite nach oben dribbeln können Wir haben nochmal die Sohlenwände mit links Und jetzt kommt der 1 gegen 1 Trick Kreuzübersteiger und vorbei Also schieben Türe zu Türe auf Wegschieben Und den Zielpass auf das Türchen Einmal noch nicht schnell Oder ein bisschen schneller Ziehen, Fußwechsel Hopp Schieben Sohlenwände links Schieben Lieberiewände Kontrolle Schieben Sohlenwände Und Schieben Türe auf Türe zu Hoppla Und vorbei Jetzt habe ich Türe zu und Türe aufgewechselt Aber ihr wisst was ich meine Ich zeige es euch nochmal Nehmt euch immer schön viel Zeit Ihr müsst nicht hetzen Ihr müsst nicht hudeln Wenn ihr es nicht genau verstanden habt Drückt lieber nochmal auf Pause oder Spulen zurück Auch kein Problem Ziehen Fuß wechseln Schieben Sohlenwände Anhalten Schieben Anhalten Schieben Schieben Sohlenwände Anhalten Schieben Türe zu Türe auf Und vorbei Und spielen Schieben Okay Ihr habt es gesehen Dann schnappt euch den Ball Felix du darfst loslegen Du kannst mit den Jungs gemeinsam üben Aber auch schon einmal Okay Stopp Punkt Du hilfst mir Ich helfe dir Ich helfe dir Also Schön langsam Vorne Wir starten mit ziehen Fuß wechsel Hopp hopp Schiebe Kontakt Und Sohlenwände links Sehr gut Anhalten kurz Jetzt nach unten Schieben zur Mittelrolle Lieber die Wände Einmal Zweimal Anhalten Schieben 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 Okay Hopp Ziehen Fuß wechseln Schieben Sohlenwände Schieben Rieberie Wände Und wieder nach oben Schieben Sohlenwände Und los geht's Türe zu Türe auf Vorbei Und Zielpass Sehr gut gemacht Okay Und der nächste Durchgang Schön langsam Zieh Stopp Weil es nicht sauber auf die Seite rollt Eins Zwei Sehr gut Schieben Und Sohlenwände Klasse Schieben Rieberie Wände Langsam Schieben Sohlenwände Und Türe zu Türe auf Vorbei Und Wiederspielen Alles klappt Ganz kurz mal schnell Schwamm an der Stelle Ganz kurz anhalten Felix Felix Du darfst anhalten Felix Okay Du darfst gleich weitermachen Der Aufbau ist jetzt hier natürlich klein Okay Wenn ihr mehr Platz zur Verfügung habt Stellt diese Röllchen noch weiter auseinander Je mehr Platz Desto besser Ja Wir sollten allerdings keinen Kilometer zwischen den beiden Röllchen aufbauen Da wir sonst irgendwann müde werden vor lauter laufen Also der Abstand zwischen zwei wie hier und drei bis vier Metern ist alles in Ordnung Wer mehr Platz hat baut es einfach größer auf Wer nicht so viel Platz hat wie wir Der kann es auch hier üben Entscheidend ist jetzt hier auch nicht das Tempo im Trick Sondern dass sie den Trick einfach sauber übt und dadurch einfach ein Gefühl bekommt und besser wird Noch mal Felix Los geht's Ihr zu Hause auch Ballen legen und los geht's So Sohlenwände Schieben Sohlenwände Lieberliebände Schieben Sohlenwände Anhalten Schieben Türe zu Türe auf Vorbei Und wieder Spielen Okay Und nochmal von vorne Ziehen Fuß wechseln Schieben Schöner schieben Felix Und los geht's Hopp schön Schieben Lieberliebände Einmal zweimal Nach oben Sohlenwände Und Schieben Kreuzübersteiger vorbei Schön zur Seite weg Jetzt war's richtig schön Auf die Seite weg gegangen Gegnern Verladen Und nochmal einen Durchgang Ziehen Hopp Schieben Und Sohlenwände Klasse Schieben Lieberliebände Sehr gut Und schieben Sohlenwände Sohlenwände Und Türe zu Türe auf Vorbei Und spielen Alles klar Gut Sehr gut gemacht Ihr könnt nochmal ein bisschen weiter üben Wir treffen uns gleich Und bauen gemeinsam die nächste Übung auf Üben Danach trinken Und dann sehen wir uns gleich wieder Kommen wir zu Technikübungen Nummer 2 Ich baue sie wieder mit euch gemeinsam auf Diesmal brauchen wir vier Klopapierrollen Und bauen vor unserem Ziel Unser Törchen Unser Wäschekorb Was ihr auch immer als Ziel zur Verfügung habt Ein relativ großes Viereck auf Ok Wo ihr das anfangt ist eigentlich egal Hauptsache Ihr habt schön viel Platz Mit diesem Viereck Eins Zwei Drei Vier Felix Schaust du auch gleich mit zu Ja ich bin dabei Jetzt bräuchte ich deinen Ball bitte Ich brauche deinen Ball Danke lieber Felix Ok starten wir die Übung und zwar Wir legen uns den Ball vorne In die Seite die am weitesten weg von eurem Törchen ist hin Ok Möglichst nahe zum linken Röllchen Wir beginnen mit dem Trick ziehen Fuß wechseln Also rechter Fuß zieht Wir lassen den Ball durchlaufen auf den linken Fuß Und spielen dann mit links nach vorne Ok Wenn wir um das Hütchen rum wollen Nehmen wir die Sohlenwände mit dem rechten Fuß Das heißt erst wieder weg drehen Mit der Sohle zu euch ziehen Und dann laufen wir zurück ins Vier Also hier loslegen Ziehen Fuß wechsel Weg drehen Sohle Und jetzt schieben wir den Ball mit der Außenseite In dieses Feld Beziehungsweise in diese Seite Stoppen den Ball mit der Schussfinte Und drehen mit Ribéry raus Schieben Schussfinte Ribéry raus Drehen Und wir schieben durch das hinterste Törchen Einen Zielpass auf unser Tor Und nochmal von vorne Drei Tricks Nicht besonders schwer Wenn ihr fleißig trainiert habt Dann kennt ihr diese Tricks jetzt super Ziehen Fuß wechsel Sohlenwände Schieben Schussfinte Ribéry rausdrehen Und aufs Tor spielen Alles klar Alles klar Noch mal für euch Ziehen Fuß wechsel Sohlenwände Schieben Schussfinte Ribéry Und spiel Alles klar Felix hat es auch begriffen Oder hast du die Wand angeschaut Nein ich bin dabei Du hast ihm zugeschaut Ich will endlich anfangen Ja ok dann können wir jetzt endlich loslegen Los geht's Hopp Links leg vor Sohlenwände Schiebe Kontakt Und Schussfinte Ribéry rausdrehen Fast Genau Mach es wieder ein bisschen langsamer zum Reinkommen Schieben 3-4 mal durch Damit die Ribéry Wände auch sauber sitzt Dann können wir das Tempo erhöhen Schön zu dir ziehen Nach vorne wegspielen Sohlenwände Schieben Und Schussfinte Ribéry Wände Jawohl ok Ganz kurz Stopp Mal auf die Seite Ein typischer Fehler ist dass wir die Ribéry Wände wenn wir sie auch noch nicht so richtig gut können Einfach zu schnell machen Ihr könnt hier einfach mal versuchen nach der Schussfinte ein Gefühl dafür zu bekommen Wo ist der Ball eigentlich Und in eurem Kopf das ganze aufzuteilen in zwei Schritte Hier ist die Schussfinte Und beim Umdrehen weiß ich dass ich mit der Außenseite weg muss ok Macht es am besten etwas langsamer denn der Ball sollte etwas weiter nach vorne durch dieses Törchen durchrollen Bei Felix ist Folgendes passiert Er hat es zu schnell aneinander gebastelt und trifft dann den Ball vielleicht auch nicht mehr richtig Der Ball geht zwar schön weg aber nicht in die Richtung in die wir eigentlich hin wollen ok Felix Deinen Ball brauche ich nochmal kurz zum vormachen Einen Ja gib her So schieben Schussfinte und beim Umdrehen den Ball willentlich mal in diese Richtung schieben Alles klar los geht's Ich probiere nur kurz den Ribéry-Kampf Ja Du hast gesagt jetzt Schieben Schussfinte 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 Warten Und dann die Außenseite los Für die Ribéry-Wände benutzen Gut Und los geht's Ziehen Fuß wechseln Schieben Schieben Und jetzt Schussfinte Und jetzt Schussfinte Die Ribéry-Wände spielen Das war schon besser Jawohl Versuch mal den Ball mit der Außenseite noch mehr durchs vordere Törchen zu kriegen Ja Ziehen Fuß wechsel Sohle Und schieben Schussfinte Die Ribéry-Wände Klasse gemacht Und der nächste Super Wie läuft's zu Hause Jungs und Mädels Kriegt ihr's gut hin Schieben Und Schussfinte Und raus So Felix Ich kann gar nicht erkennen Dass du bei der Schussfinte einen Schuss antäuscht So Zeig mir mal deinen Arm Deinen linken Arm Der Mit Schwung nach vorne geht Hopp Schussfinte rausdrehen Genau Okay Immer daran denken Wir machen eine Schussfinte Um dem Gegner zu zeigen Dass wir den Ball in eine bestimmte Richtung spielen wollen Das tun wir aber nicht Sondern wir brechen jetzt ab und spielen den Ball nach hinten raus Sehr gut Und nochmal von vorne Ziehen Fuß wechsel Sohle Schiebe Kontakt Ribéry-Wände Sehr sehr gut gemacht Klasse Felix Sehr gut Und einen noch für euch zu Hause Los geht's Ziehen Fuß wechsel Sohle Schieben Hoppala Hoppala Kein Problem Die Eckefahne spielt nicht mit Okay Mach mal Es ist kein Problem Ihr könnt so oft probieren wie ihr wollt Wenn ihr euch sicher fühlt Dann zieht das Tempo euch bisher Hopp Schussfinte Und wir sehen uns gleich Zur letzten Technikübung Die wir dann nochmal gemeinsam aufbauen Also bis gleich Jungs und Mädels Jungs und Mädels Jeder was getrunken Perfekt Dann sind wir jetzt fit für die letzte Übung Die hat dann auch noch eine kleine Variante mit dabei Die hat dann auch noch eine kleine Variante mit dabei Wir bauen es wieder gemeinsam auf Wir brauchen jetzt nur noch drei Klopapierrollen Nehmen die erste und die zweite und stellen sie mal ungefähr je nachdem wie viel Platz ihr habt zwei bis drei Meter weg vom Ziel Bei uns ist es ein kleines bisschen weniger weil wir nicht zu viel Platz haben Das dritte Röllchen stellen wir ungefähr zwei bis drei Meter nach vorne weg Okay wir schnappen uns dann den Ball und beginnen die Übung Starten wir die Übung Wir legen den Ball am Anfang als Rechtsfüßer nach links und als Linksfüßer nach rechts Okay so ich als Rechtsfüßer starte jetzt mal von der linken Seite weg Spiel den Ball mit einem Schiebekontakt nach vorne und hab unten an den beiden Röhrchen eine Sohlenwände mit dem Führfuß in dem Fall der Rechte So schieben weg den Sohlenwände Okay der Rückweg nach oben ist wieder ein Schiebekontrakt und oben gibt es jetzt eine Kombination Wir schieben Schussfinde Rieberie Wände und Achtung Trick Nummer eins von heute Ziehen Fuß wechseln damit wir wieder rechts am Röhrchen rauskommen Jetzt greifen wir die Doppelröhrchen an und gehen mit Kreuzübersteiger vorbei So schieben Türe zu Türe auf vorbei und Zielpass Alles klar jeder gesehen nochmal von vorne ich starte wieder auf der rechten Seite Schieben Sohlenwände Schieben Rieberie Wände Achtung der Gegner kommt von hier wir klauen ihm den Ball ziehen Fuß wechsel schieben Kreuzübersteiger vorbei und spielen Alles klar ihr habt es verstanden Felix hast du es auch verstanden? Ich glaube Du glaubst okay dann fangen wir halt schon mal an So Also Schiebekontrakt mit dem rechten Fuß Bring den Ball ins Laufwände Und Sohlenwände Rechter Fuß Nach oben schieben Ja Rieberie Wände Rechts Links raus Und ziehen Fuß wechsel So Jetzt in den 1 gegen 1 Trick Übersteiger Raus Genau Perfekt Macht nichts Das macht nichts Aber es geht um Tordritte beim Fußball Es geht nicht immer nur um Tordritte Es geht eigentlich darum Dass du am Ende sauber Fußball spielen kannst Und sauber Fußball spielen lerne ich immer an Und ich fleißig übe Und immer 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 wieder den Trick probieren Okay Schiebekontakt Sohlenwände Schieben Und Rieberie Wände 1,2 Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger Weg geht's Und wieder spielen Felix darf das Hütchen wieder aufstecken Und los geht's Schieben Sehr schön Sohlenwände Und schieben Rieberie Wände Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger raus Und spielen Sehr gut gemacht Jawohl Klasse Und der nächste Versuch Lasst dir Zeit Auch wenn euer Weg zurück etwas länger ist Und ihr ein bisschen mehr aus der Hüse seid Lasst euch Zeit Fangt wieder Ausdruck an Und die Wiederholung läuft sauber Jawohl Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger Und vorbei Super Nochmal von vorne Wie sicher fühlst du dich schon Felix? Kannst du es schon ganz gut? Ganz gut Ich schweiß nochmal die letzte Rolle rum hier Aber es geht jetzt mit Und los geht's Hopp Schieben Sohlenwände Schieben Rieberie Wände Ziehen Fuß wechsel Schieben Hoppla Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger vorbei Und Spielen Sehr gut Ok Es wird Alles klar Stopp Wir bauen eine kleine Variante ein Diesmal nehmen wir den Ball und starten auf der anderen Seite Aber Achtung Trotzdem schiebt jeder mit seinem starken Fuß Auch wenn wir jetzt auf der anderen Seite anfangen Bei mir ist es wieder der rechte Fuß Wir laufen nach unten mit Schiebekontakt Diesmal Sohlen Wände Links Nach oben drinnen Wir tauschen lieber die Wände Das heißt wir nehmen einfach die Schussfinde links Schussfinde links Rechts raus drehen Und Achtung Ziehen Fuß wechsel Ok Letzter Trick Kreuzübersteiger Filter Das war die Variante die wir heute Morgen schon gesprochen haben Wieder Türe zu Türe auf Und Rechts vorbei Und diesmal ist der Zielpasst mit dem rechten Fuß Ok Wir fangen nochmal an Felix du darfst gleich Ich zeig's nochmal ein bisschen schneller Schieben Sohlenwände links Nach oben Und Ribery Schussfinde links Ribery Ziehen Fuß wechsel Schieben Türe zu Türe auf Vorbei Und wieder spielen Alles klar Jeder hat's gesehen Jeder hat's gecheckt Der Aufbau bleibt gleich Und ihr dürft loslegen Auf geht's So Papa Felix Bitteschön Ah Dein Mal Danke So Geh's mit mir langsam durch Ich geh's mit dir durch Schiebe Kontakt nach vorne Sohlenwände linker Fuß Und Schiebe nach oben Schieben Schieben Kreuz Übersteiger Finden Zielpass Sehr gut Ok Beide wieder einsammeln Nach oben Und Andere Seite Üben Und Ausgehut Loslegen Hopp Schieben Sohlenwände links Nach oben Ribery Wände links Rechts raus Drehen Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger vorbei Und Feuer Ist ok? So ist es super Wie kommt ihr zuhause zurecht? Wenn ihr einen kleinen Moment warten Wenn ihr ein kleines Problem habt wegen dem Abstand Macht es ruhig noch ein bisschen größer Dann habt ihr viel mehr Platz Viel mehr Zeit Vor allem auch euch auf den nächsten Trick einzustellen Und Los geht's Schieben Sohlenwände links Nach oben raus Schieben Ribery Wände Eins, zwei, drei Ziehen Fuß wechsel Schieben Übersteiger Finden vorbei Und Los geht's Kreuzübersteiger Ok Ok Der nächste Durchgang Und Los geht's Auch hier solltet ihr wieder Acht bis zehnmal Mindestens probieren Damit ihr ein Gefühl Fühl Tricks bekommt Ja Hier kombinieren wir Ganz viele Sachen Das war zum Beispiel Verkehrt Verkehrt Deswegen Je öfter Umso leichter klappt es natürlich Ihr seht auch hier An der fünften, sechsten Wiederholung Gibt es ab und zu mal wieder einen kleinen Fehler Der sich einsteuert Das ist auch völlig normal Nur nicht aufgehen Weiterüben Genau Sehr schön gemacht Der Felix braucht noch zwei Wiederholungen Ihr bestimmt auch Die gehen wir nochmal gemeinsam an Und los geht's Zwei Stück noch Hopp Sohle weg Und schieben Lieber die Wände Hopp Ziehen Fuß wechseln Schieben Kreuz Übersteiger Spielen Sehr gut gemacht Und der Felix Pustet schon ordentlich Die Chance bei euch aus Letzte Runde Deines Trinkpause Schieben Sohlenwände Und letzter Auf geht's Ribery Eins, zwei Ziehen Fuß wechsel Schieben Kreuz Übersteiger vorbei Feuer Und fertig Sehr gut gemacht Kids Ihr habt auch ordentlich mit trainiert Dann gehen wir jetzt noch schnell Was trinken Ruht euch nochmal aus Und wir treffen uns gleich nochmal Zur letzten Aufgabe für heute Ihr kennt es schon Euer Hausaufgaben-Thema Legt gleich ein Bis gleich Okay Jungs und Mädels Wir sind am Ende von Camp-Tag Nummer 3 Ihr kriegt wie immer eure Hausaufgabe Heute Der Celuberto Conta Als Special Trick Den ihr dann zu Hause mit dem guten Und mit dem nicht so guten Fuß üben könnt Gestern haben wir schon den Celuberto geübt Heute basteln wir den Conta dran Ich zeig euch jetzt wie es geht Und dann könnt ihr zu Hause üben wie die Weltmeister Alles klar? So Bringt den Ball zuerst etwas mehr nach rechts Nehmt euren rechten Fuß Macht den Celuberto mit dem rechten Fuß unter dem linken Fuß durch Und kontert dann mit der rechten Fußspitze einfach wieder nach rechts zurück Alles klar? Nochmal in schnell Nehmt euch den Ball auf die rechte Seite weg Celuberto rechts und Konter zurück Beim Kontern kreuzt das Bein einfach hinter dem Standbein Und vor allem wichtig zieht die Fußspitze nach oben Sonst passiert euch immer der gleiche Fehler Celuberto und den Ball nicht getroffen Der Ball rennt einfach nur weiter Wir müssen gucken, dass wir den Ball wirklich mit angezogener Fußspitze auf der linken Seite treffen Und somit wieder zurückholen Also Hopp Einmal Fußspitze anziehen und zurückholen Nochmal Nochmal mit der rechten Seite loslegen Durch die Füße ziehen Und auf die Seite weglegen Das Gute ist, ihr könnt den Trick im Spiel auf dem Flügel Oder auch im Frontalen 1 gegen 1 benutzen Gegen euren Gegenspieler Weil ihr danach vielleicht sogar entweder eine Flanke schlagt Oder aufs Tor schießt Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben Habt noch einen schönen Tag Wir sehen uns morgen wieder Zum letzten Camptag Und genau Ich freue mich auf euch Bis morgen